Ja, heute möchte ich euch den schönen Skorpion vorstellen. Das fiel mir gar nicht so leicht, den wieder zu malen, weil es ist schon lange, lange her. Früher habe ich den sehr oft gemalt. Den Skorpione musste ich mich erinnern, wie sieht denn so ein Skorpion aus? Ich habe angefangen auf einem Teller mit einer Version und war da nicht so ganz glücklich. Das habe ich wieder alles abgewischt und habe dann nochmal eine Version gemacht. Wenn mir fiel ein, das ist bei uns in der deutschen Sprache, es ist ja der Skorpion. Und ich habe aber immer einen weiblichen und einen männlichen Skorpion gemalt. Das kann man jetzt hier sehen. Also es war mir immer wichtig, diesen Körper so ungefähr, dass ich da mein Smilies reinmalen kann, ein freundliches Gesicht und dass diese Greifarme da immer so irgendwie zu sehen sind. Ganz wichtig war die Spitze hinten vom Skorpion, weil das ist ja das Gefährliche an diesem schönen Skorpion. Das war mir immer ganz wichtig. Aber so ganz glücklich war ich mit dieser Version auch noch nicht, weil ich habe das früher nicht so gemalt. Und jetzt ist es mir dann doch so ungefähr, es ist immer noch nicht so ganz, aber jetzt kann man es sehen. Ich habe den Kopf gemalt und habe dann immer, also man kann wirklich sehen, ich nehme einen Kreis, ich male wirklich einen Kreis und male ganz viele Kreise unten dran und werde dann immer kleiner, damit man die Gliedmaßen des Skorpions auch erkennen kann. Das ist ja immer ganz wichtig und so kann man es auch wirklich schön nachmalen. Und das wird dann, dieser Bogen ist wichtig von einem Skorpion. Das ist ja das typisch Markante von jedem Sternzeichen, dass der so bogenhaft wirkt und die Spitze oben ist wichtig. Und dann habt ihr noch diese Arme, diese Fangarme, die vorne sind, die sind auch immer wichtig. Ich habe die dann zwar überall herangemalt, ich glaube, das braucht man nicht. Also die obersten zwei sind ganz wichtig als Fangarme mit den Scheren zu malen. Und hier seht ihr diese männliche Version und zum Anschluss seht ihr sogar noch ein paar alte Versionen von mir und noch die weibliche Version. Da habe ich halt einfach ein paar Wimpern angemalt und einen schönen Mund, damit es weiblicher wirkt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Vielen Dank.